Helden in Serie Wir hatten eine Tür geöffnet, die nie hätte geöffnet werden sollen. Mein Vater ist tot. Ihr Vater verschwand in einer Dimensionsspalte. Vor drei Wochen ging das mit diesen Spalten wieder los. Sagen Sie, dass ihr ein Alien durch die Gegend rett und wir sollen ihn finden und damit erschießen? Ja. Wo sind wir? Das wird alles gut werden. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater. Flash! Und was jetzt? Wir retten das Universum.